Oh wow, jetzt habe ich ein bisschen Schiss gekriegt, dass die mich gesehen haben. Ich mache zur Sicherheit auch nochmal hier einen hin. Machen wir aus und suchen uns Deckung. Am besten dahinter irgendwo. Ja, ich wusste es, Idioten. Die kommen gucken. So, und der nächste, der springt gleich oder runter. Der, der geht an die andere Seite, glaube ich. Nur ein bisschen Geduld, nur ein bisschen Geduld. Yeah! Weggesprengt, nur noch ein so ein Typ. Ich habe das so eine Ahnung gehabt, ich habe eine richtige Ahnung gehabt. Okay, ganz ruhig. Das war so loko, man macht den Generator aus, die gehen natürlich direkt gucken, weil irgendjemand muss den ausgeschaltet haben. Wo kommt der denn jetzt her? Der ist da gespawnt. Wieso so viele? Das gibt es doch einfach nicht. Da ist noch einer, ich weiß das. Nicht der einzige hier. Okay, ich weiß, dass wir alle ausschalten müssen, ansonsten kommen wir nicht weiter. Ich gehe mal kurz gucken. Nope, das Spiel sagt nö. Wir müssen alle killen. Das war schon nicht schlecht, wie wir die gekillt haben. Epische Aktion. Ich komm gerne. Ich hatte eine letzte Stunde geschlagen. Das muss schnell gehen. Der sieht den noch nicht mal. Okay, der kommt. Die kommen alle. Oh, shit. Holy fuck, ey. Ich schlech mich gut hier rum. Hey, du wählst also die harte Tour. Ja, die will ich. Gucken wir nochmal, wo alle stehen. Zwei da drüben, einer da. Wow. Hohohoho. Sorry. Wer geht gucken? Nur du? Der dahinter wahrscheinlich auch. Das heißt, er muss als erstes drauf gehen. Der geht leider in die falsche Richtung. Perfekt. Boah, das läuft so gut gerade. Nur noch du. Shotgun-Munition, endlich. Nicht drehen. Versau mir nicht die Tour. Fuck yeah, der Letzte. Boah, war das nicht geil? Das war so epic. Besser hätte ich jetzt gar nicht laufen können. Oh, bitte nicht schießen. Ich denke, wir sind auf der sicheren Seite. Die Brücke. Hey, sie sind hier drüben. Shit. Oh nein. Brücker hat sank, ne? Die Sauleur ab. Erledigt. Los, komm schon. Leiter. Bleibt Wasser. Okay, schau mal nach. Alles klar. Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Bis. Schneller, schneller. Toll, wie komme ich hier weg? Die kommen gleich hier rein. So sieht's aus. Hier durch. Oh, oh. Nicht schießen. Komm schon. Fuck. Ich wusste, dass die uns im Stich lassen. Die hätten den locker hochziehen können. Wie kommen wir aus der Scheiße hier aus? Oh, fuck diese Verräter. Ich glaube, wenn wir die nochmal sehen, dann gibt's eine ordentliche Abreibung. Das war so knapp. Das war nur eine Frage der Zeit, bis der da reinfährt. Vielleicht kommen sie hier lang. Keine Ahnung, das war mein Plan. Die dürfen nicht hier langlaufen. Bleib cool, Mann. Immer mit der... Scheißegal, du gehst drauf. Da sitzt einer. Lass ihn los. Wieso lass ihn los? Okay, wir haben den Sound gehört, aber nichts passiert. Oh, nicht schlecht. Zwei Leute da drüben. Vielleicht mehrere. Wo ist dieser Typ, verdammt? Boah. Boah, ich ärgere mich immer. Das sind solche Schweine, dass die uns einfach zurückgelassen haben. Die wollten nur ihre eigene Haut retten. Und wir dürfen jetzt wieder schön außen rumlaufen. Oh, danke. Endlich kommt der mal rein. Oder auch nicht. Problem ist, nur dahinter sitzt nur einer. Der hat das gehört? Natürlich sieht Ellie nicht. Bleibt einfach vorbei. Der sieht nichts. Ist klar. Blind? Blind, Fisch, du. Na los. Scheiße. Da sind mehrere. Shit, ihr habt nur einen Schuss. Fuckin' hell. Boah, weg, 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 weg. Ich hab Shotgun-Munition. Boah, wie schön daneben. Gute Nacht. Gute Nacht. Yeah. Ja, muss sein. Der muss sitzen. Hab ich denn den Arm abgeschossen? Tatsache. Ich dachte, das wär dem Bauch gegangen. Okay, so weit, so weit, so halbwegs gut. Hätte schlimmer ausgehen können. Okay, wir haben das Ding zum Schieben. Wo kann ich das hinstellen? Da, okay. Oder müssen wir einfach nur hier raus? Mal gucken. Naja, da kommen wir nicht dran. Die Brücke. Endlich. Oh, shit. Rennen, 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 rennen. Oh. Keine Chance. Wir können nicht stehen bleiben. Nutzen wir die Sandsäcke für Deckung. Jetzt hier hinter. Perfekt. 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 Oh, verdammt. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich geb dir Deckung und dann rennst du. Oh, Mist. Mein Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Oh, verdammt. Joe. Henry. Er wacht auf. Hey du. Wir leben. Okay. Und? Was hab ich gesagt, hm? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry. Hey, hey, hey. Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp. Joel. Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein. Ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Bleibt da. Wärt ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären entrunken. Es ist schon gut. Ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Ja, der Typ ist eigentlich ziemlich okay. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Ist ein Plan. Ich geh trotzdem nochmal hier hinten lang. Ha, ha, ha. Okay, jetzt nichts. Dann mal zum Boot. Das war wirklich knapp. Normalerweise sind das immer voll die Arschlöcher. Zum Beispiel Bill. Aber der Typ? Ziemlich okay. Können wir gebrauchen. Hallo, Krabbe, 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 Krabbe. Unser Abendessen. Falls wir hier irgendwie Wasser... Wasser, genau. Wasser machen können. Feuer machen können. Augenhofen halten. Ich bin schon dabei. Ab aufs Boot. Vielleicht finden wir da was. Hell yeah. Anti-Teilchen. Wunderbarer Comic. Können wir eigentlich da ein bisschen mehr lesen? Lesen. Ne. Da liegt was. Tadam. Und da geht sogar noch weiter und raus. Okay, gehen wir hier weiter, würde ich mal sagen. Okay. Ist das nicht romantisch? So schön am Strand, so hoch. Wellen schlagen, alles ist zerstört. Hier ist Endstation. Ich dachte vorhin, wie der schießt. Ja, hätte ich fast. Ich glaube, es ist gut, dass Sie da sind. Da hast du recht. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist selten. Ja, ich hatte eine große Yacht. Ehrlich? Nein. Hm, nein. Hey, Ali. Ich glaube, wir haben was. Ist das nicht cool, die seint hier so. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Gut. Ich...